Marie-Margrit Charlotte Robespierre war die Schwester der französischen Revolutionäre Maximilien Robespierre und Augustin Robespierre. Das Verhältnis zu ihrem älteren Bruder Maximilien, der während der Schreckensherrschaft einen großen politischen Einfluss ausübte, war sehr gespannt. Nach dem Sturz Maximiliens am 9. Temidor versuchte sie sich unter einem anderen Namen zu verstecken, wurde aber gefasst und einige Zeit inhaftiert. Sie distanzierte sich von der Politik ihres Bruders und sagte aus, dass sie ihn verraten hätte. Wenn sie über seine wahren Absichten informiert gewesen wäre, sie wurde deshalb nach 15 Tagen freigelassen. 1803 erhielt sie vom Konsulat eine regelmäßige Zuwendung zugesprochen, was wahrscheinlich vom damaligen Innenminister Josef Huche veranlasst wurde, der ihr einmal die Heirat versprochen hatte. Diese Pension erhielt sie von den folgenden Regierungen bis zu ihrem Tod weiter ausbezahlt. Ob die unter ihrem Namen 1835 herausgegebenen Memoeren von ihr selbst stammen, ist zweifelhaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017